Wir konzentrieren uns jetzt auf die drei Main-Team-Playstyles, und zwar Ballbesitzspiel, schneller Konter und langer Ballkonter. Aber ich beginne mal beim Ballbesitzspiel. Ich fange oben an. Was sind die Vorteile von Ballbesitzspiel? Es ist bei mir auf Englisch angezeigt, ich werde es auf Deutsch übersetzen. So kann ich vielleicht Deutsch- und Englischsprachige E-Football-Hermanus erreichen. Und zwar ist es folgendes. Grundsätzlich spricht der Name ja schon für sich. Possession Game, Ballbesitzspiel, bedeutet, viel den Ball haben. Ball am Fuß, Blach spielen, Hoch gewinnen, viel Ballbesitz, gutes Dribbling, gute Technik, gutes Auge, eine Ruhe zu haben. Auch mal den Ball zurückspielen können, sich eindrehen können. Wenn jemand das liegt, wenn jemand das Spaß macht, wenn jemand das Freude macht, dann würde ich auf jeden Fall Ballbesitzspiel empfehlen. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile von Ballbesitzspiel? Wenn wir attackieren, wenn wir den Ball haben. Wenn attacking. Players maintain tight possession to maximize the effectiveness of short passes. They will also generally avoid dashing into spaces behind the opposition defense. Das bedeutet, in dieser Strategie, mit diesem Teamspielstil, laufen die Spieler, die KI, wenn man den Ball hat, nicht Richtung Tor, Richtung gegenrisches Tor, sondern wie man hier schon auf der Anzeige sieht, laufen die Spieler dem Ballbesitz führenden Spieler, kommen ihm entgegen. Der Stürmer kommt ihm entgegen, der Innenverteidiger kommt dem linken Verteidiger jetzt in dem Beispiel entgegen, die zentralen Spieler kommen ihm entgegen, das ermöglicht, den Ball kurz zu spielen. Das sogenannte Tiki-Taka. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die Barcelona-Zeit mit Pep Guardiola. Das war Tiki-Taka in der Rheinkultur. Der Vorteil ist, man kann sehr schöne kurze Pässe spielen, tack, 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 L1, Doppelpass umdrehen, nehmen, geben. Der Nachteil, manchmal fehlt ein bisschen der Zug aufs Tor. Man merkt bei den äußeren Stürmern und bei den Mittelstürmern und auch bei den offensiven Mittelfeldspielern, dass hier ein bisschen der Zug aufs Tor fehlt. Wenn man der Spieler was sehr gut beherrscht und wenn man weiß, wie man trotzdem seine Spieler in Aktion bekommt, mit Doppelpässen, L1 und so weiter und so fort, ist es nicht so dramatisch. Das ist auf jeden Fall eine interessante und wichtige Information. Ballbesitzspiel fehlt der Zug in der Offensive aufs Tor. Es ist ausgelegt, sehr viel den Ball zu besitzen. Kommen wir zum Player-Movement in der Defensive. Wenn wir Ballbesitzspiel spielen und in der Defensive den Ball haben, wenn wir Ballbesitzspiel spielen und den Ball nicht haben, der Gegner hat den Ball, ich bin ihm von hinten raus. Was passiert? Bei Ballbesitzspiel ist es ähnlich wie bei Quick-Counter. Es wird die Abwehrreihe etwas höher stehen, nahe der Mittellinie. Ganz kurz zum Vergleich, Quick-Counter, wenn Defending, seht ihr euch die Linie an. Es ist sehr ähnlich, seht ihr euch die Linie bei Pole-Possession-Gamern genau dasselbe. Das heißt, bei Ballbesitzspiel und bei Quick-Counter stehen ohne Ball, die Abwehrreihe steht hier etwas höher. Deswegen, switche ich jetzt kurz raus, deswegen würde ich empfehlen, bei Ballbesitzspiel oder bei Quick-Counter, die Viererkette, ein bisschen zurückziehen. Nicht zu hoch aufstellen. Sehr viele Spieler, werdet ihr sehen, die wirklich oben in der Rangliste spielen und Pole-Possession-Game oder Quick-Counter spielen, haben die Abwehrreihe teilweise hier unten, weil sie das Problemchen damit beheben wollen. Ich persönlich bin kein Fan, die Viererkette so ganz, ganz tief stehen zu lassen, aber es ist wichtig zu wissen, dass man hier ein bisschen anfällig ist sozusagen. Man ist anfällig für Pässe hinter die Abwehrkette. Mal so viel zu diesen Themen. Also wir hatten jetzt Player-Movement, wenn wir attackieren. Wir hatten Player-Movement, wenn wir verteidigen, also wenn der Gegner den Ball hat. Jetzt kommen wir zu den letzten zwei Punkten. Player-Movement after gaining possession. Das bedeutet, nachdem wir den Ball wieder erobert haben, beispielsweise im Mittelfeld. Der Team looks to retain possessions for as long as possible by providing close support to the player on the ball. Das heißt, beim Ball-Bissicht-Spiel, wenn man den Ball im Mittelfeld erobert, bleiben die Spieler um den ballführenden Spieler herum dicht an ihm dran, um eben Support zu geben, um Support zu geben, damit der Spieler mit Ball Anspieloptionen hat. Gehen wir wieder im direkten Vergleich dazu, zum Quick-Counter. Haben wir bei Quick-Counter den Ball im Mittelfeld erobert, sprinten die vorderen Spieler in die Löcher beziehungsweise Richtung gegnerischen 16er. Das heißt, im Quick-Counter ist die Transition, also die Umwandlung von Ballabnahme zu Offensivspiel schneller. Bei Quick-Counter heißt es Ball abnehmen und gehen wir nach vorne. In der Regel so schnell wie möglich nach vorne. Beim Possession-Game ist es eher so, Ball abgenommen, nicht gleich sofort nach vorne. Man kann es zwar tun, aber die KI bewegt sich eher so, dass es darauf ausgelegt ist, den Ball wieder in den eigenen reinzuhalten. Letzter Punkt. After losing Possession. After losing Possession, players closer to the ball quickly move to put pressure on the ball holder. Das heißt, nachdem wir den Ball verloren haben, sagen wir jetzt mal in der gegnerischen Hälfte, ist die KI beim Ballbesitzspiel so ausgerichtet, dass wir Druck machen müssen. Das bedeutet, wir wollen immer den Ball haben und wir wollen aber, wenn wir den Ball verlieren, ihn so schnell wie möglich zurückbekommen. Nicht zurückziehen, sondern gleich draufgehen. Mit dem Mittelstürmer den Kürzer nehmen, gleich auf den Verteidiger, der den Ball hat, draufgehen. Wenn der Ball bei dem Mittelstürmer vorbeigeht, gleich den nächsten Spieler schnappen und gleich wieder drauf. Deswegen rutscht auch die Abwehrreihe ein bisschen nach vorne, damit das Ganze druckvoll ausgeübt werden kann. Der Nachteil ist, ist der Gegner stark, kann er sich aus diesem Druck gut lösen, öffnen sich Räume und dann sind wir wieder bei dem Thema, der Ball wird hinter die Abwehrreihe gespielt. Grundsätzlich ist auch hier wieder zwischen schneller Counter und zwischen Possession Game sehr viel Ähnlichkeit. Beim schnellen Counter, after losing possession, wenn Ball Possession is lost, Nearby Players will aggressively pressure to opponent in numbers to try and regain possession. Das heißt, das ist nochmal eine Steigerung. Quick Counter ist in der Hinsicht beim Ball Verlust nochmal eine Steigerung zum Ball Possession Game. Da gehen gleich drei, vier Spieler drauf. Da gehen alle wütend drauf. Beim Ball Position Game soll man auch drauf gehen, aber nur mit einem. Ein Spieler geht drauf, noch ein Spieler geht drauf, noch ein Spieler geht drauf. Bei Quick Counter gehen alle gleichzeitig drauf. Drei, vier Spieler machen vorne Stress. Das ist eine ähnliche Herangehensweise. Possession Game und Quick Counter ist eine ähnliche Sache. Kleine Nuancen sind anders. Der größte Unterschied für mich ist, beim Quick Counter wird der Ball nach Ballöberung schnell nach vorne gespielt. Bei Ball Possession Game gilt es darum, den Ball eher zu halten. Mit kurzen Bällen, Tiki-Taka, den Gegner Mürbe spielen, so lange warten, bis er rauskommt, wenn sich die ersten Löcher bilden, in die Löcher rein spielen und Gamma. Bei Ballverlust, Quick Counter und Ball Possession Game sehr ähnlich. So schnell wie möglich den Ball wieder zurückerobern. Die Abwehrreihe steht bei Quick Counter und bei Possession Game auch sehr ähnlich, relativ hoch. Und jetzt wollen wir uns den krassen Unterschied noch angucken von Long Ball Counter. Bei Long Ball Counter ist es so, wenn wir bei Long Ball Counter den Ball in der Defensive haben und nach vorne spielen. Zeigt schon das Bild, Players spread out to enable you to effectively use long passes to set up attacks. Even players far away from the ball holder will actively look for opponents to rush behind the opposition's backline. Das heißt, bei Long Ball Counter ist der große Unterschied, dass alle Spieler versuchen hinter die Abwehrreihe zu sprinten. Man sieht es hier auf dem Bild als Musterbeispiel. Der linke Verteidiger und der rechte Verteidiger bewegen sich nach außen und der linksaußen und der rechtsaußen sprinten Vollgas nach vorne. Und man sollte eher dann im Vergleich zum Ball Possession Game nicht mit kurzen Pässen Tick, 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 Tack, Tack, Tack hinten herum passen. Sondern hier geht es wirklich darum Tiefstehen, Ball erobern und Vollgas. Die meisten guten, starken Spieler nutzen diesen Teamplay-Style. Sehen wir uns noch an Player Movement bei Long Ball Counter wenn Defending. Hier ist der allergrößte Unterschied und der aller wichtigste Unterschied, den es zu wissen gilt zwischen Quick Counter und Possession Game haben wir ja gesagt. Ist es sehr ähnlich in der Defensivabteilung. Beim Long Ball Counter ist es ganz anders. Beim Long Ball Counter sind die Spieler grundsätzlich haben eine tiefe Appereie. form a deep sitting defense line near the goal and defend from there. Das heißt die Spieler bei Long Ball Counter die Viererkette ist nicht so wie bei den anderen zwei Teamspielen Stilen die wir gerade besprochen haben steht nicht hoch passt schon auf der Mittellinie nö die positionieren sich wirklich knapp vor dem 16er oder teilweise sogar im 16er drinnen. Deswegen auch langer Ball Counter alle stehen tief hinten man macht hinten dicht man parkt den Bus man erobert den Ball und dann geht es mit schnellen langen Bällen nach vorne aller Diego Simeone deswegen ist auch zum Beispiel der Cristobal Buena ist gleich Diego Simeone ist in diesem Spiel der beste Trainer für Long Ball Counter von den Gratistrainern. After Gaining Possession das heißt nachdem wir den Ball erobert haben after stealing possession deep inside your own half your players rush forward into open spaces enabling you to orchestrate a quick counter attack also wie schon vorher besprochen wir stehen ganz tief wir erobern den Ball und jetzt geht es nur darum schnell wie möglich nach vorne der unterschied ist das ist beim quick counter ja ähnlich aber beim quick counter machen wir das nicht aus so einer tiefen position heraus beim quick counter wollen wir schon im mittelfeld oder im gegnerischen hälfte den Ball erobern beim long ball counter wollen wir dass der gegner in unseren 16er kommt in unsere hälfte kommt wir ziehen uns bewusst zurück warten bis wir den Ball erobert haben und dann geht es ganz ganz schnell nach vorne am besten mit einem langen love pass auf links links außen rechts außen wenn man vorne einen großen spieler hat kann man auch mit einem hohen ball agieren den ball tropfen lassen allerletzte geschichte after losing possession und jetzt guckt euch mal den krassen unterschied an after losing possession players sprint back to their own half and line up in a defense formation das heißt beim quick counter und beim ball possession game haben wir gesagt hat der gegner in der offensive den ball gehen wir vorne drauf beim quick counter ist es extrem da gehen 2-3 spieler auf den ballführenden spieler drauf beim ball possession game geht ein spieler auf den ball besitzt spieler drauf vom gegner und beim long ball counter geht keiner vorne drauf da rennen alle zurück ich spreche jetzt grundsätzlich mal von der KI was du mit deinem cursor am kopf mit dem spieler den du steuerst machst ist wieder eine andere geschichte aber die KI die mannschaft die einstellung von der kompletten mannschaft wie sich die KI von alleine bewegt ist beim long ball counter so ausgelegt dass sie sich sofort nach hinten bewegen wenn sie den ball verloren haben ball possession game vorne drauf gehen quick counter bille gehen vorne drauf long ball counter alle laufen zurück also long ball counter ist im endeffekt für mich die defensive variante ich persönlich meine empfehlung wäre ich würde ball possession game sehr sehr starken spielern empfehlen die wirklich das spiel wirklich sehr gut beherrschen schon erfahrung haben ich würde quick counter grundsätzlich mal jeden empfehlen es zu versuchen und long ball counter würde ich leuten empfehlen die eher ergebnisorientiert spielen und wirklich in der rangliste hochklettern wollen man kann natürlich mit long ball counter auch einen schönen fußball spielen das ist jetzt nicht so dass man grundsätzlich mit long scheiß fußball spielt aber es ist ein anderes verhalten von der KI wie gesagt und es ist eher darauf ausgelegt gut zu einfach und ich sag mal schnörkellos zu spielen natürlich kommt es dann auch davon welche spieler hat man welches spielermaterial sollte man nutzen das wäre dann wieder ein eigenes video hier ging es mir jetzt einfach nur mal darum ganz knackig zu zeigen welche sind die drei besten team spielstile was sind die vorteile was sind die nachteile lasst das mal sacken versuche das ein bisschen zu überdenken was habt ihr gut und versucht dann dementsprechend euren team spielstil auszusuchen und dann auch dementsprechend die passenden spieler und die passenden formationen zu auszuwählen in diesem sinne amigos ich wünsche euch viel glück dabei und bitte wenn ihr fragen habt in die kommentare ansonsten wir sind von montag von sind von donnerstag bis sonntag mindestens zweimal die woche live e-football league update check spieler analysen community koop friendly games und in den live streams können wir auch gerne über die ein oder andere sache noch bisschen genauer quatschen in diesem sinne haut rein ciao ciao bis